Wenn die großen Limousinen vorfahren, sich Promis und Persönlichkeiten aus unterschiedlichsten Bereichen treffen, dann ist wieder einer dieser Abende in der Frankfurter Winebank. Das Flair ist einmalig, die Atmosphäre hier passt wunderbar zu Frankfurt, das ist auch ein Stück einfach Stadtgesellschaft hier. Und wenn Bernd Reisig sich einlädt, dann kommen natürlich die Leute auch und das ist genau das, was dieses Miteinander ausmacht. Bernd Reisig hat eingeladen zu Weinmeets Tapas und während drinnen die Gäste schon netzwerken, kommen draußen neue an, per vollelektrischem Volvo VIP Shuttle. Wir haben ja gemeinsam vereinbart, Bernd Reisig und ich, dass wir diesen Abend auch CO2 neutral, also nachhaltig veranstalten möchten. Ein Abend, der wie der Gastgeber immer so schön sagt, einer ohne echten Sinn ist und trotzdem so viele Gäste anlockt. Es gibt keinen Sinn, außer wohlfühlen, gute Laune und Spaß haben und dem Motto gebe ich mich voll hin, auch wenn es Montagabend ist. Das kann ja mal, Freitag kann es jeder, Montagabend können es halt nur die Profis. Ja, ich glaube, es ist einfach das Netzwerk von Bernd Reisig, was sich hier trifft und das ist ein sehr illustres Netzwerk. Viele von ihnen, auch Unterstützer der Bernd Reisig-Stiftung, helfen, helfen. Es ist wirklich toll, wie Bernd Reisig mit seinen Möglichkeiten mit dafür sorgt, dass den Ärmsten hier in Frankfurt und insgesamt in der Gesellschaft beholfen wird. Eine Aufmerksamkeit eben auf diesen Bereich gelenkt wird. Das ist wirklich ein großartiges Engagement. Ich freue mich darüber, dass er das so an den Tag legt, weil am Ende hilft es den Menschen und hilft es dem Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Die meisten reden nur und die machen nichts und er hat das wirklich alles umgesetzt und hilft wirklich so vielen Menschen, tut immer sich so kümmern und machen und tun und will immer, dass es allen gut geht. Und ich finde, es sollte sich jeder mal eine Scheibe von Bernd abschneiden. Also es kann jeder mal so ein bisschen Bernd sein. Dann wäre die Welt in Ordnung, ja. An diesem Abend ist sie das ohnehin bei gutem Wein und leckeren Tapas. Wenn man jetzt die kälteren Temperaturen hat, ist es wieder angenehm mit Wein und Tapas auch wieder an die Jahreszeit zu denken, wo man den Wein im Freien genießen kann. Ich bin ein besonderer Tapas-Freund, weil diese Kleinigkeiten, die schmecken mir besonders gut und mit dem schönen Wein hier macht es richtig Spaß. Passend dazu spanische Live-Musik von Elias. Ausgelassen und fröhlich endet ein unvergesslicher Abend in der Weinbank.